oh jetzt muss ich erst mal anmachen so hollo leute super ich bin voll der streamer hier das hinter mit dem grünen schirm das habe ich noch nicht gepacken gekriegt aber hier mit dem mikrofon und mit dem popschutz und mit dem tollen hier das was ich hier habe da das hat mir 1300 euro gekostet tollet equipment soll auch jeder sehen ist doch toll auch ja sieht aber scheiße aus man sieht ja kaum was von mir ja jetzt